Musik 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 Ich meine, meiner geht jetzt ein bisschen ab, aber ich habe auch ein anderes Gründer als hier, wahrscheinlich. Ja, ich habe eine neutrale Übersetzung, ich habe das immer in der Mitte. Aber fährt schön. Oh, Tower ist letzter. Ja, ja, ich fahr mal von hinten. Trotzdem lande ich auf dem 2. oder auf dem 1. Wer war denn das schon wieder? Ja, der hat Zippo und mich rausgeschmissen. Ja, nicht mit Absicht. Mindest du der Böse nicht. Ja, ich kann jetzt nicht so mehr reden, ich muss mich aufs Fahrrad konzentrieren. Oh, das ist ja ja, ich bin ein Kind. Aber ich kann jetzt auf dem 2. oder 5. Ja, die Bogen sind zu besser als mit. Sorry, das ist nicht. Die Bogen muss so eindeutig besser gehen. Ah, ich muss doch noch mal mehr Speedball. Vorsicht! Shit! Ich war schon voll auf dem Bremsen, aber hat nichts mehr gemacht. Aber ich häng ja mitten am Ende. Ich bin gleicher auf dem Bogen, oder? Ich bin gleicher auf dem Bogen. Herzlichen Dank. Sorry, ich bin gleicher. Ja, ich stand auf dem Bremsen, aber ich war direkt dahinter. Komm vorbei, mein Team! Ne, ich war direkt hinter ihm. Er stand auf dem Bremsen, ich bin voll gerne reingefahren. Ja genau, und ich bin ganz raus gefahren, ich bin auf die Ideallinie gefahren und ihr wart ja außerhalb, ich bin seit hinten gefahren. Ja genau, ich bin ganz raus, ich bin ganz raus, ich bin ganz raus. Also Dino, das klappt immer dann richtig. Aber was, am Berg bremst er und bergrunter, wenn ich vorbei bin, dann komme ich immer zum Bremsen, das schaffe ich immer ganz. Das ist das zweite Mal jetzt. Der meinte ich schnell, ehrlich. Ja, das war auf der Geraden, aber das war zu spät. Boah, jetzt bin ich nicht mehr auf die Ideallinie. Oh, er hat auch Fehler gemacht. Jetzt bin ich doch nicht mehr auf die Ideallinie. Ja. Ja. Aber der nicht meint, meiner ist schnell. Ich glaube, meiner ist auf die Ideallinie höher, aber nicht. Ja, Vorsicht. Das gibt's nicht. Jede Tür macht er zu und dann komme ich vorbei und dann ist wieder nichts. Ich weiß noch, was du heute fährst, Dino. Das ist abartig. Ich kann die Strecke. Halt, 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 Halt. Oh, wir haben noch eine Runde. Scheiße. Ja, du machst jede Tür zu. Jedes Mal, wenn ich neben dir bin, ziehst du rüber. Ich zieh rüber? Ja, na, das passt schon, Dino. Du fährst da in die Linie. Ich bleib so lang und kann auf der Seite. Dino, kein Anschiss. Du fährst schon richtig von deiner Warte aus, wir sehen. Nr. Das war weder eine Anschiss noch eine Beschwerde. Das war nur eine Erklärung, warum ich so verzweifelt. Ich bin's bei dem Auto und bei der Strecke immer. Es gibt nicht immer den zweiten Schlenker nach der Kurve, der so gerade aussieht, fliege ich aus. Gut gefahren, mein Ding. Also, ich wollte dich nicht anschleißen, Dino. Sorry dafür nochmal. Na, okay. Na, echt nicht. Es war einfach nur zu erklären, warum ich so verzweifelt versuche, vorbeizukommen, weil ihr weiß, ich könnte schneller, aber ich kam nicht vorbei. Wie in Formel 1, da kleben sie auch oft hintereinander und können eine Sekunde schneller und kommen trotzdem nicht vorbei. Ja. Das war's für heute.